Äh, Punkt? Punkt, ja! Ja, du du bist! Alex, willst du vielleicht einfach nur wehgedrückt halten und nichts anderes tun? Du blöder Fettsack! Perfekt! Ich hab' mir vertraut! Oh, shit, shit, shit! Cute! Mann! Mein Charge! Den Satz kriegst du nicht! Du blöder! Anderes Overwatch-Team! Andere Leute, die zusammen spielen! Jetzt hat's funktioniert! So eine dumme Frage! Perfekt! Find ich gut! Ich bin so scheiße! Ich bin so scheiße! Insane Charge! Ja, gerannt, gerannt! Ja, warte! Ja, okay! Warte! Ja, okay, dein Bubble ist weg! Ist mir doch egal, Mann! Ich charge in ihren Gegnersport rein! Alex, komm mit! Nein! Nein! Why was that, Jesus? Was? Friede! Wer kommt zurück! Soll ich hier bleiben? Dann greffe ich gleich von hinten rein! Ja, okay! Oh ja! Oh ja! Pass los auf! Die sehen dich nicht! Greffe ist raus! Cute! Du! Anna ist tot! Anzo ist tot! Ich werde sterben! Oh shit! Ich bin tot! Ja, ich auch! Hat überlebt! Ja, hat kein Steep! Da vorne! Hat kein Steep! Hat kein Steep! Keine Angst! What? Einmal weiter! Einmal weiter! Ich geh high-low! Ja! Alle geschattert! Alle geschattert! Ach du, nicht bekommen! Ja, stimmt wohl! Der hat die... Irgendeine Ferran gegründet! Ich hab's noch mal angefangen! Ich hab's noch mal angefangen! Guck'n so doof! Was ist das denn grad? Der kommt dann wieder runter! Hey! Hallo, McReed! Ich hab's noch mal angefangen! Meine Stone! Nicht! Pff! Was ist das denn für ein Bub?! Messleforn! Messleforn! Das ist die gar nicht! Die Messleforn! Das musst du nicht verstehen! Spielt's kein Doomfist! Nein, ich meinte grad den Ulisabic! Die sind übrigens alle durch! Oh nein! Pff! Oh, das... Das sei ehrlich aus, ey! Das sei ehrlich aus, ey! Das sei ehrlich aus, ey! Das ist... Of course! Bei dem... He knows he out... Ach, come on! He's gonna be good, let's go! Let's not keep! Nice! WTF! Das ist great! Buhh, vbh, vbh! I'm on the phone boys. Hi. Bestie mei. Du bist gesleebt! Ich bin auch gesleebt, also easy. Was? Yep. Godfuckin dammit. Ich hätte er rasiert. Wir alle rasiert. LOL. Okay, okay. Haben wir? Yeltsu, go! Yeltsu, go! How the fuck? Das machst du ständig, Lina. Ich weiß. Ist der gerade... What? Hätte doch. Noch mehr als euer. Insane Place. Ja, ich wollte gerade sagen, what the fuck? It's on. Nope! No. Die haben... Sehr schnell. Bob, guck dir Bob an! Ich bin nicht da. Nanobusse Bob ist an sich oben... Pfff! Wer hätte früher sterben sollen. Wer hätte früher sterben sollen. What the fuck? Von... Von wo kam die denn? What the fuck? What the fuck? Ich komm von rechts reingekauft. Wuh! Wuh! Jo, das war ein sicker Schuss mit der Helix, Alter. Sehst du? Easy. Ich hasse dich. Deine Mutter mag mich, Alter. Ja. Du hasst mich zwar, aber deine Mutter nicht. Fan! Ja, ja, das stimmt sogar. Ach, Mann. Du, die Mütter von Freunden mögen die Freunde sowieso immer lieber als das eigene Kind, gefühlt, also... verrägst du... Ich hab mir so schwer das jetzt nicht... Deine Mutter hasst dich! Nein, so was ist gar nicht gemeint! Genau so hast du das aber ausgedrückt... Ehehöhöch. Heheheeehhehöhöch! Oh, Alex! Ich hätte dich bei dich als Sohn. Jo... Oh Gott, nein! Hahahaha Hahahaha Kein zu Perkinghead Du hast ihn geult tatsächlich Leider keiner um Vollab zu machen Aber die Ult war nicht schlecht Und du bist tot Danke Bob Ich hab ihn Ich hab ihn nicht So der ist tot Ok das bin ja Die Mulder ist Hahahaha Habt ihr nicht so am Rücken gesehen? Hahahaha Wer glaubst du so am Rücken gesehen hat? Mulder Ich lass dein Ernst Ich existiere nicht mehr Ich bin aus ihrer Sicht deswegen existiere ich nicht mehr Hahahaha Ich lass dein Fack ernst Weißt du? Steh da oben die Ecke Warte dass ich geil bin und sieh das einfach nur rein WTF Was ist tot? Screw you Ah Gott Bewill dich mal diese Kacke Hahahaha Hahahaha Das war dann der zweite Hahahaha Hahahaha Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht oder? Das ist der Fack Dankeschön Sack ist mein zweiter Name Hahahaha 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 Das ist der Korn für 100 Sack ist mein zweiter Name Hahahaha Es ist Korn Es ist Korn Hahahaha Meine Fresse Hahahaha 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 Das ist so dein bester Call den du bisher abgelassen hast hier im Tor also noch was besseres Gabs noch nicht Hahahaha hist Hahahaha Fionen 500 Hahahaha Hahahaha Wenes